Roger Liby, ja, lassen wir wieder unseren Vorantrückungsfreund zu Wort kommen. Roger Liby, er, der Antichrist, das ist ein exaktes Zitat, er wird erst kommen können, wenn die Entrückung stattgefunden hat. Er wird erst kommen können, wenn die Entrückung stattgefunden hat. What? Wir haben hier das exakte Gegenteil gelesen. Der Typ ist so ein Verführer, lass dich nicht verführen von solchen Leuten. Es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, vor dem Tag des Christus. Bevor Jesus wiederkommt, muss der Antichrist kommen. Er sagt das komplette Gegenteil. Unfassbar. Es ist einfach nur Baller, Baller. Es ist einfach nur Gaga. Kommen wir hier zu dem Gegenargument von Roger Liby. Wie kommt Roger Liby überhaupt zu dieser Aussage, dass er sagt, er wird erst kommen können, der Antichrist, wenn die Entrückung stattgefunden hat. Wie kommt er dazu? Er sagt, weiteres Zitat, er wird vor der großen Drangsal, und jetzt schreibt er in Klammern, gleich der Tag des Christus ist gleich der Tag des Herrn erscheinen. Also er setzt einfach die Drangsal, das heißt die Trübsal, mit dem Tag des Christus gleich, mit dem Tag des Herrn. Und für ihn ist die Drangsal eben auch gleichzeitig der Zorn Gottes. Also, das heißt, er wirft Zorn Gottes, Drangsal bzw. Trübsal, Tag des Christus, Tag des Herrn, er wirft das alles über einen Haufen, für ihn ist das alles dasselbe Ereignis. Es ist eine Funke Wahrheit dran, der Tag des Christus ist der Tag des Herrn natürlich, das ist dasselbe Ereignis. Aber er wird das alles über einen Haufen mit der Drangsal, mit dem Zorn Gottes, ist für ihn alles dasselbe. Er definiert Trübsal um als Zorn Gottes, als Tag des Herrn. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 sagt, dass vor dem Tag des Christus der Antichrist kommen muss. Vor dem Tag des Christus kommt der Antichrist, er definiert aber den Tag des Christus um und verwirrt, Leute, Damen. Und wirklich, als ich das gelesen habe, ich, oh Junge, das ist so verwirrend, was er schreibt, weil es einfach nicht zu beweisen ist, einfach nicht zu belegen ist mit konkreten Bibelfersen. Deswegen, wenn du jetzt hier nicht dahinter steigst, wie Roger Libby zu solchen Aussagen kommt, hey, ist kein Problem, der Typ ist sowieso ein Verführer. Was ich jetzt aber konkret hier belegen möchte, ist, was der Tag des Christus ist. Wir müssen, wenn er diese Begriffe umdefiniert, was müssen wir tun? Wir müssen diese Begriffe konkret biblisch definieren, um den richtigen Zeitpunkt der Entrückung zu haben. Ansonsten kommen wir durcheinander. Also, Argument, der Tag des Herrn sei nicht die Entrückung. Und damit komme ich jetzt, gehe ich jetzt über zu meinem letzten Punkt, zum Zorn Gottes. Um zu verstehen, dass die Entrückung und um nicht verwirrt zu werden, dass die Entrückung eben nach der Trübsal und somit nach dem Antichristen geschieht und vor dem Zorn Gottes, um das zu verstehen, damit wir hier nicht verwirrt werden von Roger Libby, müssen wir verstehen, was der Tag des Christus ist, was der Tag des Herrn ist. Das möchte ich dir jetzt definieren. Schlagt auf, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1. Seine Behauptung ist ja im Grunde genommen, dass der Tag des Herrn nicht die Entrückung sei. Der Tag des Herrn sei der Zorn Gottes. Der Tag des Herrn sei nicht die Entrückung, aber der Tag des Herrn ist die Entrückung. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, wo eben jemand behauptet, dass der Tag des Christus nahe sei. Und schaut euch diese Verse an. Ich habe das hier fett gedruckt in meinen Notizen. Schaut euch das an, streicht euch das an. Ihr solltet euch folgende Worte anstreichen. In Vers 1 Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus anstreichen und Vereinigung anstreichen. Was wir hier sehen ist, dass die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit der Vereinigung mit ihm gleichgesetzt wird. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, seine Wiederkunft, sein zweites Kommen ist für uns die Entrückung. Die Vereinigung mit ihm. Und was sagt Vers 2? Der Tag des Christus. Also wenn wir hier von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, von der Vereinigung mit ihm sprechen, dann ist das der Tag des Christus. Wir sehen hier diese drei Begriffe, im Zusammenhang, das ist alles ein und dasselbe Ereignis. Der Tag des Christus, der Tag des Herrn ist die Entrückung, ist die Wiederkunft. Der Tag des Herrn ist nicht die Drangsal. Und Roger Libby setzt eben, und nicht nur er, sondern all die anderen vier Führer auch, sie setzen die Drangsal mit dem Zorn Gottes gleich, das habe ich schon wiedererlegt. Der Tag des Herrn ist aber konkret, was ist der Tag des Herrn? Er ist die Wiederkunft, er ist unsere Vereinigung mit Jesus Christus, dass wir eben entrückt werden. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17, Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Jetzt springt weiter zu Kapitel 5, Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Also er beendet 1. Thessalonicher Kapitel 4, mit diesen Versen, wo es heißt, danach werden wir, die wir übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Er beendet das Kapitel 4 mit der Entrückung. So endet das Kapitel. Aber der Gedanke geht weiter. Du kannst nicht einfach sagen, Schluss, fertig, sondern der Gedanke geht weiter. In Kapitel 5, von den Zeiten und Zeitpunkten braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Es wäre sinnlos, es würde keinen Sinn machen, wenn Paulus einfach anfängt, über den Tag des Herrn zu schreiben. Einfach komplett ohne Zusammenhang. Was ist der Zusammenhang? Es ist der Gedanke, der eben weitergeht von Kapitel 4 zu Kapitel 5. Was ist der Tag des Herrn? Was ist der Tag des Christus? Der kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Das ist die Entrückung. Ja, dass wir entrückt werden in Wolken, zu Beginn mit dem Herrn in die Luft. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. 5, Vers 2, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Der Tag des Herrn ist der Tag unserer Entrückung. Nach der Trübsal, Jesus kommt wieder, wir werden mit ihm vereinigt. Das ist der Tag des Herrn. Jetzt lass mich aber dir den ultimativen Beweis geben, dass der Tag des Herrn nicht die Trübsal ist. Das ist bescheuert. Der Tag des Herrn ist nicht die Trübsal. Wann kommt Jesus wieder? Nach der Trübsal. Zumgleich aber nach der Trübsal. Schlagt auf, Offenbarung Kapitel 6. Ihr solltet ein Lesezeichen drin haben. Offenbarung Kapitel 6. Das sagt die Bibel in Offenbarung Kapitel 6, Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein Herrensack, und der Mond wurde wie Blut. Das haben wir schon gesehen. Das ist das, was in Matthäus Kapitel 24 beschrieben wird, eben nach der Trübsal jener Tage. Vers 13. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird, und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln werden von ihrem Ort weggerückt. Wir sehen in diesen Versen nicht die Entrückung. Wir wissen aber aus Matthäus Kapitel 24, dass die Entrückung eben stattfindet, wenn die Sonne schwarz wird, der Mond seinen scheinlich gibt, die Sterne vom Himmel fallen, dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen nach dem Himmel. Dann wird er seine Auserwählten sammeln. Das heißt, er wird uns versammeln, uns entrücken. Vers 15, Offenbarung 6, Vers 15. Das sind die Verse, die ich vorher nicht vorgelesen habe. Das sind jetzt die wichtigen Verse, um zu verstehen, was der Tag des Herrn ist und wann dann der Zorn Gottes beginnt. Vers 15. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Also, wann kommt der große Tag seines Zorns? Wann kommt der Tag des Herrn, der für Ungläubige der große Tag seines Zorns sein wird? Nach der Trübsal. Ja, ich will jetzt hier wieder den Bezug zu Matthäus 24 herstellen. Wir haben gesehen, Sonne wird verdunkelt, Mond wird seinen Schein nicht geben, genauso wie in Offenbarung Kapitel 6. Dann werden wir laut Offenbarung Kapitel Leitz, Matthäus Kapitel 24, werden wir entrückt. Und was geschieht danach, wenn wir entrückt werden? Offenbarung Kapitel 6, Vers 15, sie werden sich alle verbergen und Vers 17, dann werden sie alle sprechen. Wir sind entrückt, aber die, die übrig bleiben, die nicht gläubig waren, die werden sagen, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Ja, es gibt diese Behauptung, der Tag des Herrn sei nicht die Entrückung. Aber der Tag des Herrn ist die Entrückung. Der Tag des Herrn, der Tag des Christus, ja, davor muss unbedingt der Antichrist kommen, davor muss die Trübsal geschehen, Sonne wird verdunkelt, Mond wird seinen Schein nicht geben, Jesus kommt wieder, das ist der Tag des Herrn und mit dem Tag des Herrn ist gleichzeitig der Tag seines Zorns ist gekommen. Schlagt auf, Offenbarung Kapitel 7, Offenbarung Kapitel 7, Abvers 9. Also wir sehen, ja, Trübsal, samt dem Antichristen, die Zeichen geschehen am Himmel, wir werden entrückt und dann werden die anderen sagen, der große Tag seines Zorns ist gekommen. Für sie ist es der Tag des Zorns. Der Tag des Herrn ist für uns die Entrückung, für sie ist es der Tag des Zorns. Weil mit dem Tag des Herrn eben nicht nur wir entrückt werden, sondern auch Gottes Zorn beginnt. Offenbarung Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt müsst ihr aufpassen. Er sprach zu mir, das sind die, also diese Schar, die er da sieht im Himmel, das sind die, welche aus der großen Drangsa kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht. In dem Blut des Lammes sind es natürlich keine Juden, denn Juden haben nicht an Jesus geglaubt. Sie haben ihre Kleider nicht weiß gemacht im Blut des Lammes. Das bezieht sich ja auf Christen. Und das ist jetzt eben die Entrückung indirekt dargestellt in der Offenbarung. Wir haben gesehen, die Leute sagen auf der Erde, der große Tag seines Sonstes ist gekommen. Was ist das Nächste? Dass wir diese Schar im Himmel sehen, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen. Und wer sind das? Er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsa kommen. Das sind die Entrückten. Das ist die Entrückung in der Offenbarung. Schlagt auf Joel Kapitel 3, Vers 4 bis 5. Ich weiß, dass es eine schwierige Predigt ist, dass es eine lange Predigt ist, aber ich will dir wirklich beweisen, dass die Entrückung nach der Trübsal, nach dem Antichristen, vor dem Zorn Gottes beginnt. Joel Kapitel 3, Vers 4 bis 5. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Was ist der Tag des Herrn? Das ist, wenn Jesus kommt. Denn die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Das, was wir in Matthäus Kapitel 24 auf dem Bauch in Kapitel 6 gesehen haben. Dann kommt Jesus wieder. Wie wird das bezeichnet? Als der große und schreckliche Tag des Herrn. Warum schrecklich? Weil es eben für die Leute, die nicht gerettet sind, für Ungläubige, für Verlorene, der schreckliche Tag seines Zorns sein wird. Aber Joel Kapitel 3, Vers 5 sagt, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird er Rettung sein. Wie der Herr verheißen hat und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Hier haben wir den positiven Teil, in Vers 5, weil der Tag des Herrn eben sozusagen zweigeteilt wird in dem Sinne, dass er für uns die Entrückung sein wird. Für uns ist es das Ende der großen Trübsal. Wir werden entrückt, für uns wird es herrlich sein, für sie wird es aber der große und schreckliche Tag seines Zorns sein. Der große und schreckliche Tag seines Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen? Denn Gottes Zorn beginnt mit dem Tag des Herrn. Sonn und Mond werden verdunkelt, Matthäus Kapitel 24, Offenbarung Vers 6, Propheten des Alten Testaments sagen das auch. Sonn und Mond werden verdunkelt, dann kommt die Entrückung. Wir haben das gesehen, Matthäus Kapitel 24, Offenbarung Kapitel 7, die eben aus der großen Trübsal kommen. Erst nach der Entrückung beginnt Gottes Zorn. Erst nach der Entrückung beginnt Gottes Zorn. Die Entrückung geschieht nach der Trübsal, nach dem Antichristen, somit vor dem Zorn Gottes. Also erst nach der Entrückung beginnt der Zorn Gottes. Das heißt, die Trübsal ist nicht Gottes Zorn, sondern der Zorn des Antichristen, wie ich schon gesagt habe. Also der Tag des Herrn wird ein Tag sein und der Tag des Herrn ist ein großes Ereignis, ein Tag, an dem einiges geschehen wird. Eben die Zeichen am Himmel, wir werden entrückt und gleichzeitig beginnt aber auch das siebte Siegel, der Zorn Gottes. Der Tag des Herrn ist nicht die Trübsal. Wir werden den Antichristen noch miterleben. Lassen wir wieder Roger Liby zu Worte kommen. Er sagt, das ist wirklich eine unfassbare Aussage, Roger Liby, es gibt kein, er macht diese pauschale Aussage, er flatscht einfach diese pauschale Aussage hin, es gibt kein prophetisches Ereignis, das zwingend noch vor der Entrückung stattfinden müsste. Es gibt kein prophetisches Ereignis, das zwingend noch vor der Entrückung stattfinden müsste. Was für ein Verführer, was für ein Lügner. Der Typ ist ein buchstäblicher Lügner, wir haben gesehen, dass sowas von was stattfinden muss vor der Entrückung. Hey, die Trübsal, weltweites Ereignis, die große Trübsal, wir werden verfolgt, der Antichrist tritt auf, dieses Bild wird aufgestellt. Matthäus Kapitel 24, Vers 33 sagt, also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wir sollen das alles sehen, all diese prophetischen Ereignisse, die eben vor der Entrückung stattfinden, dann sehen wir an diesen Zeichen, dass er nahe vor der Tür ist. Wir müssen Acht geben, deswegen wird uns das berichtet in der Bibel, damit wir Acht geben können. Damit komme ich zu meinem letzten und das wird ein kurzer Punkt. Vor dem Zorn Gottes, wir werden entrückt, vor dem Zorn Gottes, nach der Trübsal, nach dem Antichristen und vor dem Zorn Gottes werden wir entrückt. In der Mitte der siebenjährigen Endzeit werden wir entrückt, vor dem Zorn Gottes. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 9 sagt, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt, denn wir haben schon geklärt, dass der Zorn Gottes eben nicht die Trübsal ist. Die Trübsal ist der Zorn des Antichristen. Erst nach der Trübsal kommt der Zorn Gottes und wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt. Wir werden vor dem Zorn Gottes entrückt. Vers 10, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Wir finden Symbolik dafür, dafür, dass wir entrückt werden Wir finden die Symbolik dafür in Beispielsweise schlagt auf Lukas, Kapitel 17, Vers 26. Lukas, Kapitel 17, Vers 26 sagt, und wie es in den Tagen Noas zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein, an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Ich möchte hier vor allem auf Lot eingehen. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu Vers 28. Dann heißt es in Vers 29, an dem Tag aber, das heißt, genauso wie der Tag des Herrn, ein Großereignis ist es ein Tag, so war es auch eben zu Zeiten Lots. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Genauso wird es auch sein, an dem Tag, da eben Jesus wiederkommt. Also du musst dir vorstellen, Lot wurde aus Sodom gerettet und als Lot quasi im sicheren Hafen angekommen ist, und das war nicht einfach, als er aus Sodom rausgegangen ist, sondern als er nach Zoar gegangen ist. Du musst die Geschichte nachlesen, denn es wurde nicht nur Sodom zerstört, sondern auch ihre umliegenden Städte, in gleicher Weise wie diese, sagt die Bibel. Als Lot nach Zoar gekommen ist, sobald er nach Zoar gekommen ist, im selben Moment zack, begann der Zorn Gottes über Sodom, hat Gott Feuer und Schwefel über Sodom regnen lassen. Genauso wird es sein, wenn Jesus wiederkommt am Tag des Herrn. Jesus kommt wieder, wir werden entrückt, wir werden quasi symbolisch nach Zoar gehen, wir werden in Sicherheit sein und zack, im selben Moment wird der Zorn Gottes beginnen, in demselben Moment, in dem wir in Sicherheit sind. Der Tag des Herrn ist somit eben zweigeteilt, sozusagen, wie ich gesagt habe, weil er eben für uns die Erdrückung sein wird und im selben Moment beginnt der Zorn Gottes. Nicht unbedingt im selben Moment, aber das ist ein Tag, ein großes Ereignis und es wird hier eben symbolisiert, an dem Tag aber als Lot aus Sodom wegging, genau an dem Tag regnete es Feuer und Schäfe und verzilkte alle. Und ich komme langsam zum Schluss meiner Predigt. Ich weiß, ihr freut euch drauf wahrscheinlich. Schlagt Malayachi auf, schlagt Malayachi Kapitel 3 auf. Malayachi Kapitel 3 ist leicht zu finden, schlagt einfach das Matthäus-Evangelium auf, das erste Buch des Neuen Testaments und direkt vor dem Matthäus-Evangelium das letzte Buch des Alten Testaments, Malayachi Kapitel 3, Vers 19, denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen, da werden alle übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, deswegen sage ich eben wieder, der Tag des Herrn ist zweigeteilt, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit, die Sonne der Gerechtigkeit ist Jesus, aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Ich finde diesen Vers so wunderbar, ich finde diesen Vers so schön, wo es heißt, ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Es wird so schön sein, wenn Jesus wiederkommt, wenn er uns entrücken wird und wir werden einfach uns hüpfen, wir werden einfach hüpfen wie Kälber, die aus dem Stall kommen, wir werden uns einfach freuen können und wie diese jungen Kälber seien eben. Es wird einfach ein wunderbarer, wunderschöner Tag sein, wenn Jesus wiederkommen wird, aber es wird ein furchtbarer Tag sein, der schreckliche Tag seines Zorns für die Ungläubigen. Denn siehe, der Tag des Herrn, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Gott wird alle verbrennen, er wird seinen Zorn ausgießen über die Gesetzlosen, über alle Ungläubigen, über die ganze Erde und wird diese Erde zerstören, wie wir sie kennen und wird uns rächen. Aber wir werden uns freuen können, hey, die Trübsal, unser Endspurt, nochmal alles geben und dann werden wir hüpfen können wie Kälber, die aus dem Stall kommen, werden entrückt werden und mit Jesus sein, mit dem Herrn sein alle Zeit. Hey, wir haben ein herrliches Leben als Christ, besonders wenn wir geistlich sind, wenn wir im Geist wandeln und wirklich unser Leben nutzen für den Herrn. Aber für sie wird es der große und schreckliche Tag seines Zorns sein. Sie werden verbrannt werden, sie werden auf ewig brennende Hölle. Der Tag kommt brennend wie ein Ofen.